Hallo, das ist meine neue Blocki-Kamera von Sony. Er hat zwei Linsen, filmt 3D. Man kann es hier auf der anderen Seite auch im 3D anschauen. So, er kommt dann hoch. Sieht man jetzt natürlich nicht, dass es 3D ist. Ich habe vorhin schon ein bisschen was gefilmt im Bahnhof und werde das nachher gleich hochladen. Bis jetzt, guter Eindruck. Einfach hier draufdrücken und filmt. Hier draufdrücken und anschauen. Es gibt noch hier einen Ausschalter am Rand. Das ist eigentlich schon alles. Speicherfest eingebaut, Batteriefest eingebaut. Ich bin gespannt, was man dann so machen kann.